Was geht ab Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. In diesem Video sprechen wir über die meiner Meinung nach interessantesten Coins für Juni 2024. Und damit du das Ganze nicht verpasst und maximal davon profitierst, bleib auf jeden Fall dran. Bevor wir beginnen, das Ganze ist keine Finanzberatung und du solltest immer deine eigenen Recherchen machen. Wie jeden Monat mache ich ja hier auf diesem Kanal ein Ranking, der meiner Meinung nach Top Points für den jeweiligen Monat. Diese Videos kommen immer sehr, sehr gut bei euch an. An der Stelle auch recht herzlichen Dank für das ganze Feedback. Und bevor wir jetzt in dieses Video rein starten, drückt auf jeden Fall schon mal auf den Daumen nach oben, damit mehr Leuten dieses Video angezeigt wird und ihr damit diesen Kanal auch kostenfrei unterstützt. Denn je mehr Likes ein Video hat, desto mehr Leuten wird das Ganze auch angezeigt. Und es würde mich natürlich freuen, wenn dieses Video mal mindestens die 1000 Likes auch knacken würde. Und wenn du jetzt hier neu auf diesem Kanal drauf bist, dann lass auf jeden Fall schon mal ein Abo da, um in Zukunft keines meiner Videos zu verpassen. Denn hier bekommst du tagtäglich News und Content zu neuen Krypto-Projekten, Portfolio-Bewertungen, Markt-Updates, meine Meinung zu diversen Projekten und das Wichtigste beim Investieren, was so viele da draußen vergessen, das eigene Mindset. Und ich bedanke mich natürlich an der Stelle für jeden einzelnen Support. Wenn wir uns mal allgemein den Kryptomarkt anschauen und uns erstmal die Frage stellen, gut, welche Projekte sind denn überhaupt jetzt in diesem Monat interessant? Möchte ich an der Stelle schon mal vorab sagen, in diesem Video werde ich recht wenig Projekte einmal nennen, weil wir aktuell uns in einer Phase bewegen, wo relativ wenig im Kryptomarkt passiert. Ja, wir sind in einer Seitwärtsphase. Es könnte sogar noch so weit sein, dass wir vielleicht noch eine kleinere Korrektur sehen. Aber aktuell merkt man einfach die Langeweile, die hier vorhanden ist. Das ist ein kompletter Unterschied zu der Zeit noch von vor drei Monaten, wo alles nach oben geschossen ist, jedes Mal wieder neue Projekte rausgekommen sind, Hypes entstanden sind und dadurch halt natürlich extrem viele Profits gemacht werden konnten. Und jetzt aktuell ist halt einfach eine Akkumulationsphase bzw. eine Patience-Phase, ja, also dass man einfach nur warten muss und ich bin da gestern auch in dem Video drauf eingegangen, falls du das letzte Marktupdate noch nicht gesehen hast, ich verlinke es auch mal gerne oben in der Infobox, gerne einmal anschauen. Da habe ich nämlich darüber geredet, dass es aktuell einfach nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder man hat Liquidität und kann diese investieren oder man hat keine Liquidität und muss halt einfach warten, dass der Markt wieder grüne Zahlen hergibt, ja. Aber trotzdem möchte ich jetzt mal in diesem Video auf meine Top Coins für diesen Monat mal eingehen. Angefangen mal mit BitTensor. Warum habe ich jetzt BitTensor hier mit reingenommen? Weil halt aktuell der Kurs von 382 Dollar echt geschenkt ist, muss ich sagen. Ja, also wenn wir mal das Ganze uns anschauen, dass wir hier ein All-Time-High gehabt haben von 757 US-Dollar und wir knapp 50% derzeit unter dem All-Time-High sind, das bedeutet bis zum All-Time-High haben wir hier 100% Potenzial. Denn um 50% Korrektur wieder einzuholen, muss man 100% Gewinn machen. Das heißt, wenn man sich jetzt hier eine Position aufbaut und jetzt anfängt in BitTensor zu investieren oder vielleicht jetzt DCA betreibt, dann hat man hier die Möglichkeit, alleine nur bis zum All-Time-High ordentlich was mitzunehmen. Ja, no financial advice, do your own research. Aber ich persönlich sehe bei BitTensor definitiv, gerade was den AI-Space angeht und auch allgemein, was den Kryptomarkt angeht, enormes Potenzial, einer der größten Coins zu werden in diesem Bereich. Ja, und wir sind hier aktuell auf Platz 52 und ich bin der Meinung, BitTensor hat mal locker das Potenzial, mal Minimum in die Top 10 zu kommen. Und ich sehe halt persönlich hier höhere vierstellige Kurse im Bullrun absolut machbar an. Wenn wir mal überlegen, wir haben hier 2,6 Milliarden US-Dollar Market Cap. Cardano alleine hatte im letzten Bullrun fast 100 Milliarden US-Dollar Market Kapitalisierung. Damit man sich mal vorstellen kann, was überhaupt möglich ist, denn den meisten ist überhaupt noch nicht so richtig klar, was wirklich für Marktkapitalisierung bei diversen Projekten erreicht werden können. Ja, das hier ist noch nicht unbedingt viel. Also da ist viel, viel mehr noch möglich. Und BitTensor ist in meinen Augen ein Safe Play für den Bereich AI. Ja, weil BitTensor hat sich mittlerweile bewährt. Ich persönlich habe auch alle meine BitTensor im Staking. Auch viele Holder von BitTensor haben ihre Tau im Staking, generieren da halt weitere Taos drauf. Und das ist halt für mich so ein Long-Term-Play. Ist auch einer der wenigen High Caps bei mir persönlich im Portfolio. Und gerade mit diesen Kursen sehe ich für den Juni hier aktuell immer noch nach wie vor super gute Einstiegsmöglichkeiten bei diesem Projekt. Gehen wir direkt mal weiter zum nächsten Projekt, was irgendwo ein bisschen mit BitTensor in Verbindung gebracht wird. Und das ist Kilibrium. Ich habe über Kilibrium nur ab und zu mal hier auf YouTube gesprochen in den Marktupdates. Habe kein gezieltes Video über Kilibrium gemacht. Ich meine, mittlerweile haben sehr, sehr viele andere deutsche YouTuber auch explizite Videos über Kilibrium gemacht. Ich bin damals halt in Kilibrium eingestiegen, weil ich halt mitbekommen habe, dass sehr, sehr viele Tau-Investoren, vor allem Tau-Wale, in dieses Projekt investieren. Und es einen ähnlichen Vibe hat, wie halt anfangs noch BitTensor. Und ich bin relativ spät in BitTensor eingestiegen bei 150 US-Dollar. Aber gut, wenn man das All-Time-High sieht oder auch jetzt den aktuellen Kurs, war es immer noch ein sehr, sehr guter Moment, wo ich da reingegangen bin. Aber ich habe halt diese gesamte Zeit davor komplett verpasst, als BitTensor halt noch so ein Underdog gewesen ist. Und Kilibrium bzw. Wrapped Kilibrium ist halt aktuell noch in dieser Underdog-Phase, wo keiner so richtig weiß, okay, worum geht es jetzt richtig bei diesem Projekt? Was passiert da wirklich noch richtig? Ja, und es ist halt irgendwo noch so ein kleiner Insider-Coin, muss man schon sagen. Ja, also es ist nicht unbedingt ein Projekt, welches da draußen jedem Einzelnen bekannt ist, wie jetzt mittlerweile BitTensor. Ja, und diejenigen, die halt jetzt aktuell in dieses Projekt investieren, die können langfristig davon extrem profitieren. Ich bin persönlich in das Projekt eingestiegen bei 15 Cent, also eigentlich fast genau, als das Ding gelauncht ist, bin ich da reingegangen. Ja, hier ist es gelauncht, bei 15 Cent bin ich rein und bin jetzt hier nach wie vor gut im Profit. Ich habe auch gestern im Video gesagt, dass das unter anderem auch eines der Projekte gewesen ist, wo ich persönlich ordentlich viel Liquidität zurückgehalten habe, um halt in das Projekt zu investieren. Ich habe auch nicht mehr nachgekauft, habe es auch aktuell nicht vor, nochmal nachzukaufen, weil ich doch einen relativ guten Betrag in Kilibrium investiert habe, direkt von Anfang an, weil mir klar gewesen ist, dass wir sehr wahrscheinlich nicht mehr unter diesen Kurs fallen werden. Klar wäre es schön gewesen, hier direkt zum Launch zu investieren, aber ich sage mal 15 Cent, das ist trotzdem noch ein sehr, sehr guter Kurs und dafür hält es sich hier relativ stabil. Und wenn hier erstmal weitere Börsenlistings rauskommen und vor allem das Projekt auch richtig publik wird, dann kann ich mir hier schon Gutes vorstellen, dass wir hier auch relativ schnell auf die 1 Dollar hochsteigen werden. Ja, weil 77,4 oder 77,5 Millionen US-Dollar Market Cap ist jetzt nicht unbedingt hoch für so ein Projekt. Ja, und wenn das bekannter wird, wenn mehr Leute verstehen, worum es auch bei diesem Projekt geht und dieser Hype darum dann auch nochmal richtig kreiert wird, dann kann das Ganze hier wirklich sehr, sehr schnell gehen. Und das ist für mich persönlich auch ein Long-Term-Play, also da habe ich nicht das Ziel, sehr, sehr kurz mit Gewinne zu realisieren. Ich habe das erste Price-Target bei einem US-Dollar, kann ich jetzt an der Stelle hier auch einmal sagen. Und alles, was darüber ist, halte ich mir offen. Ja, weil wenn man damals bei BitTensor eingestiegen ist, ja, da konnte man auch nicht so richtig sagen, was wird denn da wirklich draus. Und bei Kilibrium habe ich ein ähnliches Gefühl, weshalb ich da doch sehr unvoreingenommen in das Projekt reingehe und dann vor allem auch in die Zukunft. Aber es ist natürlich auch eines der Projekte, wenn der Bullrun dann da ist, welches ich komplett abstoßen werde. Ja, weil das habe ich auch schon sehr, sehr oft gesagt. Ich bin persönlich jemand, der im Bullrun all seine Assets verkaufen wird und dann erstmal darauf guckt, dass bessere Preise kommen werden oder vielleicht neue Hypes nutzen wird. Ja, aber Kilibrium, super interessantes Projekt, gerade auch zur jetzigen Zeit. Und ich denke, dass wir jetzt im Juni auch bei diesem Projekt ordentlich was erwarten können. Dann zum nächsten Projekt, Solidus AI Tech. Auch gestern noch von gesprochen, weil Solidus AI Tech ist halt ein Projekt, welches in der Vergangenheit ordentlich gepusht hat. Ja, ich habe es gestern auch gezeigt, wir sind hier in dreieinhalb Monaten von einer Market Cap von fast 5 Millionen US-Dollar hochgeschossen auf 210 Millionen US-Dollar. Und so viele schieben aktuell Panik, weil hier diese Korrektur da ist. Aber sind wir mal ehrlich, diese Korrektur ist doch ein Witz gegenüber diesem Aufstieg. Ja, also das muss man einfach mal erkennen, dass diejenigen, die halt hier investiert haben, wo ich auch nicht zugehört habe, ja hier immer noch massiv im Plus sind. Und das ist halt etwas, was hier bei Solidus AI Tech sehr, sehr stark ist. Und es ist ein Projekt, welches sich über den Bärenmarkt hinweg entwickelt hat und wo vor allem auch Kapital hinter steckt. Es ist kein Projekt, wo irgendwie jetzt durch den Token Kapital eingesammelt werden muss, sondern Kapital ist da. Das hatten wir damals auch im AMA, den Paul gefragt. Und sie haben hierbei wirklich größere Ziele. Und warum Solidus AI Tech gerade für den Juni so interessant ist, ist, dass jetzt diesen Monat der AI Marketplace und der GPU Marketplace launchen wird. Und nächsten Monat wird es dann auch das Solidus AI Tech Data Center sein, das HPC Rechenzentrum. Das deswegen kann ich jetzt auch schon mal sagen, dass AI Tech im nächsten Monat in diesem Video safe auch wieder dabei sein wird. Aber gerade aufgrund dieser News, dieser beiden Produkte, die jetzt diesen Monat starten werden, sehe ich bei Solidus AI Tech ordentlich viel Potenzial. Und verglichen zum All-Time-High sind wir hier bei 65,3% aktuell unter Wasser. Und es ergeben sich halt hier wunderbare Einstiegsmöglichkeiten. Ich habe hier mittlerweile meine Bag gefüllt, obwohl ich noch marginal unter Wasser bin. Insgesamt habe ich mir trotzdem gesagt, dass ich wahrscheinlich nicht nochmal investieren werde. Eventuell werde ich nochmal einen ganz, ganz kleinen Betrag in Solidus AI Tech investieren, weil er sich doch jetzt sehr, sehr stabil hält. Aber ich bin eigentlich fertig mit meiner Position, auch wenn ich aktuell noch im Minus bin. Ja, weil ich halt sehr, sehr spät irgendwo in das Projekt eingestiegen bin, bin ich gestern auch darauf eingegangen. Ja, ich kann auch nicht immer die Tiefpunkte finden und Solidus AI Tech ist doch eines der Projekte, wo ich echt bereue, dass ich mich nicht viel früher mit diesem Projekt auseinandergesetzt habe. Aber it is what it is und ich sehe hier bei Solidus AI Tech definitiv noch viel mehr Upside als das, was wir bisher gesehen haben. Ja, weil eine Market Cap von 210 Millionen US-Dollar ist ein Witz für das Projekt, ja, für das, was das Projekt wirklich macht. Ich habe auch schon ausführliche Videos über Solidus AI Tech gemacht, vor allem das hier, warum es komplett unterschätzt wird. Ich verlinke es auch mal gerne oben in der Infobox. Gerne einmal anschauen, ja, weil da gehe ich genau darauf ein, was halt bei Solidus AI Tech so noch in Zukunft zu erwarten ist und warum es halt von vielen unterschätzt wird. Und ich war damals genauso jemand, der dieses Projekt unterschätzt hat, weil ich dachte, es wäre einfach nur in irgendein AI Launchpad. Ich dachte wirklich, es wäre ein Projekt von Bluezilla. Ich habe nur AI Tech gehört, ja, und dass es ein Launchpad gibt und ich dachte, das wäre irgendein Projekt von Bluezilla und bin gar nicht reingegangen. Ja, habe ich dann doch später etwas bereut, aber wie ich gerade schon gesagt habe, sehe ich hier noch viel mehr Upside, weshalb das in Ordnung ist, dass ich das damals gedacht habe. Nächstes Projekt ist ZKML. Habe ich schon zweimal hier auf YouTube erwähnt, auch nur beiläufig. Ja, war vor einiger Zeit auch ein Buy Alert. Ich habe gestern auch ZKML noch nachgekauft, weil ZKML, muss ich wirklich sagen, entwickelt sich wirklich sehr, sehr gut. Ja, wir haben hier die Partnerschaft letztens gehabt mit Arthur Protocol. Auch ein sehr, sehr interessantes Projekt, habe ich auch vor kurzem mal gesagt, dass das auch eines der Projekte im Deepin-Bereich ist und auch im Privacy-Bereich, wo ich es erwäge, es noch ins Portfolio aufzunehmen. Ich bin schon in sehr, sehr viele Projekte investiert, aber Arthur Protocol wäre eines dieser Projekte, die ich auch noch ins Portfolio aufnehmen würde. Aber da wir jetzt hier bei ZKML auch diese Partnerschaft haben, habe ich mir gesagt, hey, ich investiere lieber in das Projekt, weil wir haben halt hier gerade mal 13,6 Millionen US-Dollar Market Cap, fast alles in Supply, was schon mal sehr, sehr gut ist. Und sie haben es hier auf Twitter auch letztens geteilt. A new white paper is coming. Our next Depp, ZWAP, is coming. Ja, also es kommen noch weitere Dinge jetzt hier raus. Hier steht zwar jetzt nicht dabei, dass das im Juni geschehen wird, aber die Tatsache, dass sie hier jetzt auch schreiben, dass das jetzt kommen wird, macht mich bullisch, vor allem für diesen Monat, was dann auch bei diesem Projekt für ordentlich Kurswachstum sorgen kann, wenn das Ganze natürlich dann auch angenommen wird. Denn am Ende kommt es natürlich darauf an, wie werden diese Informationen verarbeitet, wie werden sie angenommen, wie werden sie im Markt irgendwo wieder gespiegelt und was passiert dann jetzt auch mit diesem Projekt. Ja, und das ist einfach das, was man hier unbedingt im Hinterkopf behalten sollte. Aber ZKML finde ich ein super interessantes Projekt. Ehrlich gesagt, ja, ich habe das Projekt bei Gemhunters, also ich bin ja bei diesem Gemhunters von Luke Belmar auch drin. Und da habe ich ZKML das allererste Mal irgendwo entdeckt, als darüber geschrieben worden ist. Ich fand es cool. Ich bin dann auch reingegangen, habe mich mit dem Projekt auch weiter befasst. Und ja, bin immer, immer bullischer, was dieses Projekt angeht, vor allem auch die Zukunft. Und spätestens seit der Partnerschaft mit Arthur Protocol bin ich noch bullischer geworden. Weil als ich das das allererste Mal hier auf YouTube auch gezeigt habe, habe ich gesagt, dass mich das ein bisschen an Arthur Protocol erinnert. Und jetzt gibt es hier sogar die Partnerschaft, was natürlich schon sehr, sehr positiv ist. Dann nächstes Projekt, ein Meme-Coin und zwar Beer-Coin. Ja, ich habe es in den letzten Videos immer wieder erwähnt, dass das halt ein Meme-Coin meiner Meinung nach ist, den ich so in der Form noch nie zuvor gesehen habe. Es ist der erste Meme-Coin, den ich wirklich gesehen habe, der mit keinem einzigen YouTuber irgendwie eine Kooperation hat, der keinen einzigen YouTuber angefragt hat, wo der Fokus nicht auf Kryptoinvestoren liegt, sondern auf Retail-Investoren. Und als ich das allererste Mal hier auf YouTube auch das Projekt erwähnt habe, habe ich auch ganz klar gesagt, das ist das perfekte Projekt für das dumme Geld. Perfekter Name, perfektes Projekt, perfekte Influencer, die dafür genutzt worden sind. Also die Retail-Influencer wurden dafür benutzt. Also Menschen wie Prinz Markus zum Beispiel hat dafür geworben, ja. Simon Desue oder letztens jetzt auch Ron Bilecki. Das sind die perfekten Werbefiguren für dieses Projekt. Und warum Beercoin meiner Meinung nach jetzt für Juni auch so interessant ist, liegt einfach daran, dass noch weitere Listings anstehen. Ja, es wird so hart dazu gepusht, dass Beercoin auf Binance gelistet wird. Und ehrlich gesagt kann ich mir das sogar sehr, sehr gut vorstellen. Weil das Volumen, welches Beercoin hat, ist natürlich interessant für viele Exchanges. Und im Hintergrund bin ich mir sicher, dass hier ordentlich viele Partnerschaften auch vorhanden sind. Also man sieht es auch beim Marketing. Dieses Marketing dieses Projekts ist absolute Champions League für ein Memecoin. Ja, ich muss es wirklich so sagen. Ja, es ist wirklich so durchdacht, diese kleinen Hints, diese kleinen Rätsel, die immer gemacht werden, um zu erkennen, auf was für einer Exchange das als nächstes kommen wird. Ja, wie Kraken so ein bisschen ins Bild implementiert worden ist oder wie Maxi ins Bild implementiert worden ist, BitGet. Es ist wirklich zu geil, wie das Projekt es macht. Und ich bin sehr gespannt, was hier noch alles passieren wird. Aktuell läuft ja auch hier diese Kampagne. Wir haben jetzt angefangen mit Tokenburns. Auf BitMart wurde das jetzt auch gelistet. Und es kommen noch weitere dazu. Also das, was ja im Gespräch ist, ist BitPanda und Binance. Und ehrlich gesagt, wenn das passieren wird jetzt im Juni, dann schießt das Ding nochmal ordentlich nach oben. Ja, weil was sind 173,5 Millionen US-Dollar Market Cap für ein Memecoin? Es ist echt nicht viel. Und man sieht halt, was für ein Volumen da ist, was für Buys hier drin sind. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass, wie dieses Projekt gekauft wird und was da wirklich abgeht. Und obwohl der Pre-Sale damals so abgeschmiert ist und ich bin im Pre-Sale ja mit 24 Solana auch reingegangen. Ja, obwohl der abgeschmiert ist, habe ich gehalten, hier unten auch nochmal nachgekauft. Und ja, seitdem ordentlich viel Profit hier gemacht. Insgesamt 1700 Prozent seit dem Dip und seit dem Pre-Sale sind es hier 867 Prozent. Also auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich weiß auch, sehr, sehr viele hier auf YouTube sind ebenfalls auch in das Projekt reingegangen. Happy Profits an der Stelle. Viele, viele Patreons sind in diesem Projekt mit drin, haben hier ordentlich viel Profits mitgemacht. Viele haben hier sogar mit Biercoin mehr Geld aktuell generiert, als sie insgesamt in Krypto bisher investiert haben. Und das macht mich natürlich unfassbar dankbar, wenn man solche Plays hier wirklich mitnimmt. Und das ist ja auch mein persönliches Ziel, dass ich mit solchen Plays halt jedem dabei helfen kann, Geld mit Krypto zu verdienen, um damit einfach sich Wünsche und Ziele zu erfüllen. Ja, aber ich bin gespannt, was jetzt uns noch im Juni erwarten wird. Die Hints gehen weiter, die Rätsel gehen weiter. Und wenn jetzt hier die neuen Börsenlistings kommen, dann erwarte ich hier auch nochmal ganz, ganz andere Kurse. Also das ist für mich ein Projekt, wenn Sie so weitermachen mit dem Marketing wie bisher, kann das Ding locker auf eine Milliarde US-Dollar Market Cap gehen. Ja, no financial advice, do your own research, ihr wisst Bescheid. Ja, aber man muss sich das Marketing einfach mal anschauen, gucken, wie die Psychologie dahinter funktioniert. Und marketingtechnisch ist das wirklich die Creme de la Creme. Ja, also muss ich deswegen nochmal gesagt haben. Und deswegen kommen wir jetzt nochmal zum letzten Projekt und das ist Ring AI. Schöne Grüße an der Stelle an den Daniel, denn er hat dieses Projekt im letzten Q&A-Livestream auf Patreon mir persönlich geschillt. Er hat gesagt, hey, guck dir das Projekt einmal an, was ist deine Meinung dazu? Ja, weil jede Woche machen wir zweimal einen Q&A-Livestream, wo man mich alles Mögliche fragen kann auf Patreon. Ja, alles Mögliche zu Krypto, ich kann mir Projekte angucken, den Markt, sämtliche andere Fragen kann man mir da stellen. Und dort wurde halt dieses Projekt in den Chat reingestellt. Ich habe es mir angeschaut und habe danach auch in dieses Projekt investiert, weil mir dieses Projekt unfassbar gut gefallen hat. Ja, wir haben hier nämlich 16,2 Millionen US-Dollar Market Cap, alles in Supply, alles. Ja, 100 Millionen Token aktuell in Supply. Wir haben hier Maxi, Gate.io und Uniswap als Börsen. Und warum das jetzt für Juni so interessant ist, ist erstens, das Projekt ist relativ unbekannt. Ja, also ich habe es bis zu dem Livestream noch nirgendwo gehört. Und sie haben es hier auf Twitter auch gepostet. Es findet der Global Launch am 27. Juni statt. Das heißt, nächsten Monat launcht dieses Projekt. Und ich bin super gespannt, wie das Ganze dann auch ablaufen wird. Ja, und wir sehen einmal hier die Homepage. Ich kann einmal darauf eingehen, wie die aussieht. Super, super clean. Ja, also ich werde auch über dieses Projekt nochmal ein explizites Video machen, weil es ist einfach geil. Ja, also diese Art und Weise vom Chatbot in ein Telefonbot umzuleiten, es ist wirklich krass. Also ich kann nur jedem ans Herz legen, hier sich dieses Projekt auch nochmal richtig anzuschauen. Ziemlich, ziemlich cool gemacht. Und das wäre so für mich der Play jetzt auch nochmal für Juni, wenn man auch nach einem neuen Projekt sucht, um es ins Portfolio aufzunehmen. Wenn du solche Projekte erfahren möchtest, bevor ich überhaupt auf YouTube darüber spreche und vor allem auch Bock hast, bei diesen Livestreams dabei zu sein, von denen ich gerade gesprochen habe, werd gerne Patreon. Denn dort hast du zwei Möglichkeiten. Entweder das Gold-Tier, dort bekommst du Buy- und Sell-Alerts. Das heißt, du erfährst, wann ich Projekte kaufe, wann ich sie verkaufe. Und im Diamond-Tier bekommst du sogar noch die dazugehörigen Exit-Strategien. Du bekommst Krypto-Tutorials, Krypto-Guides, du hast exklusiven Content, du hast diese zweimal die Woche Livestreams mit mir, wo du mich alles Mögliche fragen kannst. Du hast eine komplette Persönlichkeitsentwicklung-Akademie, wo ich jede Woche neue Inhalte hochlade, Founder-AMAs, Sonderinhalte, Vorstellungen neuer Projekte, Diamond-Only, Pre-Sales und Private-Sales. Und du hast einen Zugang zum Discord-Server mit exklusiven Chats, wo du halt nochmal zusätzlich neue Coins erfährst. Und wenn du halt nochmal ganz, ganz anders strategisch an gewisse Dinge drangehst, zum Beispiel bei Beer-Coin sind wir sehr strategisch an die ganzen Sachen auch rangegangen, haben da wirklich transparent miteinander kommuniziert und somit unseren Profit auch maximiert. Und du bist ja an nichts gebunden, du kannst das Ganze monatlich kündigen, deswegen check es gerne einfach mal aus, den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Schreibt mir mal eure Top 5 Coins in die Kommentare, die ihr für diesen Monat auf der Watchlist habt. Welche Projekte haben eurer Meinung nach das meiste Potenzial? Bin auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, um den Algorithmus zu pushen. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist und zukünftig keines meiner Videos verpassen möchtest, dann lass gerne ein Abo da. Und wenn du jetzt Bock bekommen hast, dir einige weitere Videos von mir anzuschauen, schau dir gerne einmal hier das letzte Video an, was ich hochgeladen habe. Das war es auf jeden Fall für dieses Video. Wir sehen uns morgen im nächsten. Peace. Ciao, ciao.